Liebe Studentin, lieber Student, wir sind noch im Kurs A1. Wir üben nun die Präpositionen. Ein sehr schwieriges Kapitel der deutschen Grammatik. Wir haben sehr viele Präpositionen. Wenn Sie noch Lücken haben, dann empfehle ich unsere Grammatiktafeln bzw. unsere Übersichten oder Videos zu Kapitel 3 Präpositionen. Nun zur Übung. Ergänzen Sie bitte die fehlende Präposition von Nummer 1 bis Nummer 8. Ich werde Ihnen die Lösung im Beschreibungsteil des Videos nachliefern. Viel Erfolg, viel Spaß. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Übung.